Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Marco Kolditz von mehr der Ideen und in diesem Video möchte ich euch eine weitere Komponente des MDI-PCs 2015 vorstellen oder mit anderen Worten meinem künftigen Arbeitsrechner, der sich insbesondere für professionelle Bildbearbeitung wie auch professionelle Videobearbeitung eignen soll. Ich selbst bin professioneller Bildbearbeiter unter anderem und möchte jetzt in Zukunft mich auch verstärkt mit Videobearbeitung beschäftigen. Natürlich bei solch verbaute Hardware wie aktuellen CPUs, Grafikkarten oder solch ein Mainboard eignet sich der Rechner natürlich auch für aktuelle Spiele, aber das ist eher dann ein Nebenprodukt. Die Kernaufgabe dieses Rechners soll tatsächlich die Arbeit sein, Videobearbeitung und Bildbearbeitung etc. und ich habe mir dazu zum Beispiel dieses Mainboard hier ausgesucht, das Asus X99 Deluxe. Ich habe auf dem Markt mehrere Mainboards miteinander verglichen und bin schlussendlich bei diesem Mainboard gelandet. Asus bietet zum Beispiel auch noch eine Alternative an, ich glaube das Rampage 5 Extreme. Das ist eher in Rot gehalten und eignet sich besonders für Spieler und diejenigen, die wirklich ihr System stark übertakten wollen. Auch mit diesem Mainboard ist es möglich, den Prozessor etc. gut zu übertakten, aber dieses Mainboard ist vor allem für diejenigen geeignet oder gedacht, die Inhalte schaffen. Das heißt wirklich kreativ etwas schaffen und nicht nur mit dem Rechner spielen. So, dieses Mainboard gefällt mir auch optisch sehr gut, weil mein System ist grundsätzlich eher in Richtung schwarz-weiß gehalten. Deswegen gefällt mir hier das Layout natürlich auch, dass das überwiegend schwarz mit weiß gehalten ist. Auf die Art und Weise kann man natürlich seinen Rechner, wenn man den möchte, auch noch individuell gestalten. Das nennt man dann Modding. Ich persönlich bin kein Modder in diesem Sinne, aber zum Beispiel mein Gehäuse, was ich in einem anderen Video auch vorstelle, hat an der Seite ein Sichtfenster und da ist es natürlich schön, wenn man möchte, dass man das dann noch von innen beleuchtet mit zum Beispiel blauen LEDs, weißen oder andersfarbigen LEDs. Und da ist es natürlich sehr schön, wenn das Mainboard grundsätzlich schwarz-weiß gehalten ist, weil man da keine Farbe vorgegeben bekommt, wie zum Beispiel bei dem Rampage 5 Extreme, welches eher rot ist. Da ist man dann eigentlich schon in eine Richtung geschubst, dass man auch den Rest des Rechners rot gestaltet. Also von daher optisch gefällt mir das hier schon mal sehr gut. Und für diejenigen, die sich mit solchen technischen Geräten eigentlich noch nicht so gut auskennen, für die erscheint so ein Mainboard natürlich wie ein Buch mit sieben Siegeln. Man schaut drauf und denkt sich, was ist das denn? Was sind das denn alles für verschiedene Schächte? Und versteht man gar nicht. Aber wenn man sich jetzt mit Mainboards wirklich mal intensiver beschäftigt, dann weiß man wirklich zu schätzen, was sich hier die Ingenieure bei diesem Mainboard so gedacht haben. Das wird sehr aufgeräumt und dem Benutzer stehen wirklich vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung, um zum Beispiel Festplatten anzuschließen oder halt auch die Lüfter zu steuern etc. Aber darauf gehe ich jetzt auch mal ein. Also das ist ein Mainboard für den aktuellen Intel X99 Chipsatz. Und dementsprechend befindet sich hier oben auch ein Sockel und zwar der 2011 V3 Sockel, der natürlich für die aktuellen Intel Prozessoren gedacht ist, wie unter anderem für das aktuelle Flaggschiff, den Achtkerner i7 5960X, den ich auch in diesem Rechner verbauen werde. Und auch dazu habe ich ein separates Video, wo ich euch diesen Prozessor noch näher vorstelle. Dieser Prozessor hat auf der Rückseite 2011, deswegen so heißt ja im Grunde genommen dann auch dieser Sockel, 2011 Kontaktflächen und hier am Mainboard unterhalb dieser Plastikabdeckung befinden sich entsprechende Gegenstücke, das heißt solche kleine Pins, wo man dann im Grunde genommen den Prozessor drauflegt und somit werden dann diese Pins mit diesen Kontaktflächen auf dem Prozessor verbunden. Die Referenzdesigns von dem Intel X99 Chipsatz, die haben aber hier zum Beispiel keine 2011 Pins so gesehen verbaut. Asus hat sich dabei gedacht, wir machen aber diese 2011 Pins, das sieht man hier zum Beispiel auf der Rückseite, da sieht man zum Beispiel hier den klassischen 2011 V3 Sockel und da sieht man, dass hier oben an den Ecken zum Beispiel die einzelnen Pinne so gesehen fehlen. Die wurden einfach ausgelassen und die wurden von Asus wieder hinzugefügt und da nennt es Asus dann Asus OC Sockel, das heißt ein Sockel, der speziell auch fürs Übertakten gedacht ist und Asus spricht davon, dass man dann mit Hilfe dieser zusätzlichen Pinne sozusagen, die sie wieder hinzugefügt haben, bessere Übertaktungsergebnisse erzielt. Intel wiederum sagt, ja wenn ihr das macht, dann verliert ihr die Garantie an dem Prozessor. Asus hingegen ist sich aber so sicher, dass nichts passiert, dass sie sagen, okay, wenn wirklich was mit dem Prozessor dann kaputt ist, übernehmen wir die Garantie. Also von daher seid ihr ohnehin auf der sicheren Seite. Ich persönlich habe jetzt bis jetzt auch keinen Fall erlebt, wo irgendwas kaputt gegangen ist, also von daher vertraue ich da auch Asus. Gut, also das ist der neue 2011 V3 Sockel für die aktuellen HESOLE Prozessoren von Intel. Links und rechts daneben befinden sich entsprechend die Arbeitsspeicherbänke und auch hier ist wieder eine neue Technik von Arbeitsspeichern auf den Markt gekommen dieses Jahr und zwar der DDR4 Speicher. Der ist um einiges schneller als der klassische DDR3 Speicher, der bis jetzt aktuell war und aber auch entsprechend jetzt teuer ist. Das heißt DDR4 Speicher ist erstens momentan relativ schwierig zu bekommen, wird also in relativ kleinen Stückzahlen momentan hergestellt und wenn man ihn bekommt, dann ist er wirklich auch noch momentan, naja ich sag mal schon exorbitant teuer. Aber man bekommt dafür auch wirklich richtig Leistung. Außerdem ist der DDR4 Speicher nicht nur schneller, sondern auch noch energieeffizienter, das heißt stromsparender und damit auch kühler im Betrieb. Gefällt mir natürlich sehr gut, weil mein System natürlich sich auch für diese Anwendung, die genannten Anwendungen eignen soll, auch für Spiele, aber dabei noch so stromsparend wie möglich sein soll. Wenn man solch einer Hochleistungs-CPU verbaut oder auch eine gute Grafikkarte, dann kann man natürlich nicht mehr von einem stromsparenden System sprechen. Aber ich meine das jetzt im Vergleich zum Beispiel zu meinem alten Rechner, achte ich schon darauf, dass jetzt die verbauten Komponenten energieeffizient sind. Das heißt mit der Stromaufnahme dann doch relativ gut haushalten. Und deswegen sind zum Beispiel auch diese DDR4 Speicher bei mir natürlich herzlich willkommen, weil die natürlich vergleichsweise weniger Strom fressen. Gut, also dann haben wir hier die Arbeitsspeicher. Hier unten haben wir natürlich die PCI Express Slots. Davon haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Und in der Regel kommt hier zum Beispiel in den obersten Slot die Grafikkarte rein. Und da die modernen, schnellen Grafikkarten zwei Slots sozusagen ausfüllen, dürfte hier unten der kleinere PCI Express Slot verdeckt sein. Aber das macht eigentlich in der Regel nichts aus. Man kann alternativ übrigens auch die Grafikkarte zum Beispiel in den zweiten Slot stecken. Dann hätte man hier oben diesen Bereich frei. Oder man könnte zum Beispiel, wenn man einen großen Kühler hat oder auch eine Wasserkühlung, hätte man hier dann noch, je nachdem wie das Gehäuse aufgebaut ist, wie er da alles verbaut, noch ein bisschen Freiraum. Das heißt, ich schaue da mal, wo ich die Grafikkarte reinbaue, entweder hier oben oder zum Beispiel in den zweiten Slot. Aber da habt ihr halt sehr viele Möglichkeiten. Und bei den aktuellen Prozessoren von Intel ist es auch so, dass zum Beispiel auch der aktuelle Achtkerner sogenannte 40 Lanes unterstützt. Das heißt, hier die ganzen PCI Express Schächte beziehungsweise Steckplätze laufen auch mit voller Geschwindigkeit, also X16. Und daher habt ihr hier wirklich pure Leistung und seid damit auf der sicheren Seite. Gut, natürlich haben wir jetzt auch hier oben noch die Chipsatz, also die Chips von dem Chipsatz. Hier oben zum Beispiel die Northbridge, hier unten die Southbridge. Und die haben halt auch diese schöne, helle, weiße Abdeckung und entsprechende passive Kühlkörper. Und diese sind miteinander über Heatpipes verbunden. Das heißt, wenn diese Chips warm werden, dann verteilt sich die Wärme über diese Heatpipes zu den anderen passiven Kühlkörpern. Und das gefällt mir vom Designer, vom Layout her schon mal sehr gut. Es gibt zum Beispiel auch hier auf der Rückseite vom Mainboard, bei den Anschlüssen vom USB und so weiter, ebenfalls hier diesen passiven Kühlkörper, der sozusagen über diese genannte Heatpipe, wie man hier oben sieht, zum Beispiel mit diesem Kühlkörper wiederum verbunden ist. Dasselbe hier oben, hier unten, ebenfalls mit einer Heatpipe, mit diesem Kühlkörper verbunden. Und dadurch bleibt der Chipsatz schön kühl. Normalerweise, beziehungsweise die meisten Nutzer verbauen zum Beispiel eine Luftkühlung. Das heißt, hier oben auf dem Prozessor ist ein massiver großer Kühler mit sich rotierenden Lüftern. Und diese belüften normalerweise auch die Kühlkörper in direkter Umgebung. Das heißt, in diesem Fall den Chipsatz. Und ich persönlich verbaue aber eine Wasserkühlung. Das heißt, man hat hier einen kleinen schönen Wasserkühler und dann entsprechend die Schläuche. Das heißt, hier gibt es bei mir nicht direkt einen Lüfter. Allerdings habe ich Gehäuselüfter und die sorgen dann im Grunde genommen trotzdem für genügend Luftdurchzug, sodass ich mir hier auch keine Probleme erhoffe, beziehungsweise ich werde da keine Probleme erwarten, dass die irgendwie warm werden. Also hier schon sehr schön durchdacht und auch vom Design her sehr schön gelöst. Außerdem bietet dieses Mainboard auch Onboard-Sound. Ich bin persönlich gar kein Freund von Onboard-Sound. Früher war das grausam, heute ist es schon ein bisschen besser. Das heißt, wahrscheinlich die Lösung, die hier verbaut ist, macht schon schönen Sound. Allerdings garantiert nicht zu vergleichen mit nativen Soundkarten, die man dann hier in einen PCI-Express-Slot verbaut. Da hat man erstens einfach einen besseren Ton. Außerdem wird auch die Berechnung von dem Prozessor etwas zurückgenommen. Das heißt, der Prozessor wird entlastet, weil der normalerweise bei Onboard-Sound auch ein bisschen was von den Berechnungen übernimmt. Das heißt, hier empfehle ich euch in der Regel, nutzt lieber eine native Soundkarte, die ihr einsteckt und schaltet einfach den Onboard-Sound aus. Allerdings, wenn ihr zum Beispiel einen Rechner baut, der nicht unbedingt ein Hochleistungsrechner sein muss oder sich unbedingt für die besten Spiele und die schnellsten Spiele eignen soll, dann könnt ihr im Grunde genommen auch diesen Onboard-Sound verwenden, falls ihr zum Beispiel eher mit Office arbeitet etc. Aber gut, in der Regel kaufen diese Personen so gesehen sich dann nicht so ein Hochleistungs-Motherboard. Und deswegen, wie gesagt, ich würde sagen, schaltet den Onboard-Sound aus und verwendet eher eine native Soundkarte. An der Rückseite sieht man hier auch entsprechend die Eingänge bzw. die Ausgänge von dem Onboard-Sound, unter anderem auch einen Tosslink-Ausgang, also einen optischen Ausgang, was ich persönlich schon schön finde. Aber es ändert nichts daran, dass ich sage, nein, Onboard-Sound, nein. So. Ja, schauen wir uns am besten nochmal die Rückseite direkt an. Hier haben wir zum Beispiel auch USB-Anschlüsse, und zwar USB 3.0-Anschlüsse, und zwar zwei, vier, sechs, acht, zehn Anschlüsse. Zehn USB 3.0-Anschlüsse auf der Rückseite und nochmal zwei USB 2.0-Anschlüsse. Warum noch USB 2.0? Nun, es gibt auch Hardware, zum Beispiel auch Mäuse oder Tastaturen, die nicht so wirklich zurechtkommen mit USB 3.0-Anschlüssen. Vor allem, wenn man sich noch nicht in Windows befindet, sondern zum Beispiel beim Starten des Rechners mal eben kurz schnell die Entfernen-Taste drücken möchte, um ins BIOS zu kommen. Da gibt es teilweise Hardware, die da eher auf USB 2.0 steht, sage ich mal, und deswegen sind hier noch diese Anschlüsse vorhanden. Außerdem natürlich LAN-Anschlüsse, also Netzwerk-Anschlüsse, und zwar zwei Stück. Und da machen es manche Personen im Grunde genommen so, oder manche Nutzer, sage ich mal, dass sie zum Beispiel einen Netzwerkanschluss fürs Internet benutzen. Das heißt, dieses Kabel kommt dann direkt in den Router hinein. Und bei dem anderen Netzwerkanschluss wird zum Beispiel, sagen wir mal, das Heimnetzwerk angeschlossen. Oder zum Beispiel eine Festplatte im Netzwerk, wo ihr Musik drauf habt, Bilder oder Filme. Und dadurch ist dann im Grunde genommen das öffentliche Internet vom privaten Heimnetzwerk zu Hause getrennt. Finde ich eigentlich eine gute Lösung. Mal schauen, ob ich das bei mir auch so mache. Generell habe ich persönlich immer nur einen Anschluss benutzt und den anderen Anschluss über das BIOS so gesehen deaktiviert. Übrigens BIOS, man kann in dem BIOS, in diesem Fall im OEFI BIOS, das heißt, das könnt ihr mit der Maus bedienen, sieht dann aus wie in Windows ungefähr. Natürlich nicht von der Windows-Oberfläche, aber von der Bedienungsart sozusagen. Sehr schön gelöst. Dort könnt ihr natürlich viele Funktionen von dem Mainboard aktivieren, wie auch deaktivieren. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich weiß, ich benutze nur einen einzigen Netzwerkanschluss, dann deaktiviere ich den anderen einfach. Das spart ein bisschen Strom. Und auch dasselbe bei dem Onboard-Sound. Da sage ich einfach Onboard-Sound, nein, bitte deaktivieren. Und schon kommt das auch bei Windows so rüber, beziehungsweise Windows sagt, okay, hier gibt es gar keinen Onboard-Sound. Und dementsprechend wird zum Beispiel auch kein Treiber gesucht und so weiter. Das heißt, deaktiviert einfach all das, was ihr tatsächlich nicht nutzt. Und wenn ihr es später doch nochmal nutzen möchtet, könnt ihr es ja wieder aktivieren. Ebenfalls hier zu finden sind diese drei WLAN-Anschlüsse. Das klingt lustig. WLAN ist ja eigentlich schnurlos und Anschlüsse, das ist dann doch ein bisschen widersprüchlich. Aber was gemeint ist, hier werden die Antennen befestigt. Und zwar liefert Asus dazu hier dieses WLAN-Modul oder diese WLAN-Antenne an. Die sieht so flach aus. Die dreht man. Und man kann sie dann hier so auf den Schreibtisch stellen. Und auf der Rückseite beziehungsweise an den Kabeln gibt es dann diese drei Kabel. Das heißt, diese Antennenanschlüsse, die kommen da rein. Und schon hat man einen Rechner, der über WLAN funkt. Und finde ich eine sehr schöne Sache. Allerdings werde ich es persönlich wahrscheinlich nicht nutzen, weil mein Rechner sowieso direkt neben dem Router steht und ich sowieso eher ein Freund bin von Internet über Kabel. Aber ich finde es schön, dass Asus einem hier diese Möglichkeit lässt. Denn zum Beispiel, wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, ich will hier von meinem Arbeitsplatz gerne mal in einen anderen Raum, dann muss man sich natürlich direkt überlegen, oh Gott, ich muss ja dann das ganze Kabel verlegen. Man will ja kein Netzwerkkabel quer durch den Raum verlegen ins andere Zimmer oder hier entlang der Türen und so weiter. Und deswegen finde ich es schön, dass hier die Option besteht, hey, ich ziehe mit meinem Rechner mal um, verlege kein Kabel, sondern gehe dann einfach über WLAN ins Internet. Und es handelt sich hier auch um den aktuellsten AC-Standard. Das heißt, das WLAN funkt hier wirklich richtig schnell und ist eigentlich vergleichbar auch mit dem Netzwerk über Kabel. Also da dürftet ihr bezüglich der Leistung keine Probleme haben. Gut, so viel hier zu dieser Rückseite. Übrigens noch hier oben gibt es noch einen kleinen Knopf und zwar steht da drauf BIOS. Wenn ihr diesen BIOS-Knopf benutzen möchtet, dann werdet ihr wahrscheinlich das BIOS updaten wollen. Es ist so, hier ist ja wie gesagt ein BIOS installiert. Das ist unabhängig von Windows. Das heißt, wenn ihr den Rechner startet, drückt ihr die Entfernen-Taste und schon seid ihr in der Oberfläche von diesem System, wo ihr alles Mögliche einstellen könnt, wo ihr euren Prozessor übertakten könnt, also die Spannung einstellen könnt, den Multiplikator, wo ihr, wie gesagt, die verschiedenen Funktionen aktivieren und deaktivieren könnt und so weiter. Und dieses wird natürlich wie jede andere Software auch aktualisiert. Das heißt, auf der Webseite von Asus gibt es immer die aktuellsten BIOS-Versionen für das jeweilige Motherboard. Ihr könnt einfach drauf surfen, das runterladen, kopiert das dann auf einen USB-Stick und dann gibt es verschiedene Varianten, um dieses Update einzuspielen. Unter anderem sogar diese, dass ihr dieses Mainboard noch gar nicht in euren Rechner verbaut, so gesehen, sondern nur über das Netzteil hier an den Strom anschließt, keine Grafikkarte, keinen Prozessor, gar nichts, nur an den Strom anschließen, dann steckt ihr diesen USB-Stick mit dem aktuellen Update einfach hier in so einen USB 2.0-Anschluss, drückt dann hier auf den BIOS-Knopf, ich glaube, mehrere Sekunden muss gedrückt halten, dann blinkt es und dann erkennt ihr daran, okay, es wird gerade das BIOS aktualisiert. Wenn das dann abgeschlossen ist, zieht ihr den USB-Stick wieder raus und ihr habt im Grunde genommen einen Mainboard mit dem aktuellsten BIOS und könnt dann auch direkt frisch euer System sozusagen installieren und könnt davon ausgehen, dass da auch wirklich die größten Fehler schon behoben sind. Ich meine, wenn so ein Mainboard frisch auf den Markt kommt, dann gibt es ja manchmal noch solche Kinderkrankheiten, die da meistens über Updates aus der Welt geschaffen werden. Finde ich auf jeden Fall eine sehr schöne Lösung. Ihr könnt natürlich das BIOS auch ganz klassisch über den USB-Stick direkt im BIOS selbst aktualisieren und so weiter, gibt es wieder viele verschiedene Varianten. Außerdem gibt es hier auf diesem Mainboard sechs verschiedene Lüfteranschlüsse. Ein System will gekühlt werden, natürlich zum Beispiel bei einer Wasserkühlung die verschiedenen Lüfter auf den Radiatoren, aber natürlich auch Luftkühler oder Gehäuselüfter. Da ist man natürlich mit sechs Anschlüssen schon gut bedient. Vor allem gibt es ja auch noch solche Splitterkabel, das heißt man kann zum Beispiel einen Anschluss in zwei aufsplitten. Das heißt in dem Fall hätte man zum Beispiel dann zwölf Lüfter und so weiter. Aber grundsätzlich sind jetzt sechs Anschlüsse und Asus bietet hier, ist im Lieferumfang enthalten, noch eine sogenannte Fan-Extension-Card an, also eine Lüfter-Erweiterungskarte kann man sagen. Die ist relativ klein und übersichtlich und die bietet drei weitere Anschlüsse für Lüfter an. Allesamt übrigens genau wie auf dem Mainboard PWM-Anschlüsse, das heißt vier Pin-Anschlüsse und die ermöglichen folgendes. Wenn ihr zum Beispiel eure Lüfter verbaut und zwar müssten oder würde ich euch empfehlen, sollten es PWM-Lüfter sein, dann könnt ihr über das BIOS oder über die Windows-Software von Asus bestimmen, wie schnell eure Lüfter drehen sollen. Das heißt auch in dem Fall, wie leise oder wie laut sie sein sollen. Das heißt, man kann über das BIOS und auch über die Software, übrigens richtig klasse ist, aber da gehe ich nachher nochmal drauf ein, kann man sagen, okay, wenn der Prozessor eine bestimmte Temperatur erreicht hat, zum Beispiel wenn er gerade beansprucht wird, dann sollen die Lüfter oder die speziellen Lüfter, die ihr dann auch angibt, schneller drehen, also mehr Luft ins System blasen, dadurch sind sie natürlich auch ein bisschen lauter. Oder man sagt, wenn ich zum Beispiel im Internet surfe oder gerade im Office was schreibe, also etwas mache, was den Prozessor nicht wirklich beansprucht, weswegen er auch kühl ist, dann sollen die Lüfter richtig leise drehen, also langsam drehen und dadurch sehr leise sein. Ja, und das kann man alles über diese PWM-Technologie machen. Das heißt, es wird digital gesagt, hey Lüfter, dreh bitte mit so und so viel Umdrehung pro Minute. Früher war so etwas Ähnliches möglich bei drei Penneanschlüssen. Da hat man im Grunde genommen die Spannung der Lüfter einfach verringert und dadurch drehten die im Grunde genommen auch langsamer und wurden leise. Allerdings ist die Technologie über PWM weitaus ausgereifter und die Lüfter drehen, wie soll ich sagen, ruhiger. Also da gibt es dann im Grunde genommen weniger Geräusche und würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass ihr auf jeden Fall auf PWM setzt, sowohl bei den Anschlüssen wie auch bei den Lüftern. Da seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Sehr schön übrigens auch, diese Erweiterungskarte hat auch drei weitere Temperatursensoranschlüsse. Es gibt zum Beispiel hier auch ein Kabel dabei, das kann man dann zum Beispiel da reinstecken und dann zum Beispiel die andere Seite, sagen wir mal, im Bereich der Festplatten, da dort hineinlegen und sagen, okay, wenn die Festplatten oder der Bereich der Festplatten eine bestimmte Gradzahl erreicht, dann soll bitte der Lüfter, zum Beispiel der Gehäuselüfter, schneller drehen und das kühlen. Das kann man alles ganz individuell einstellen. Das heißt, ich könnte auch zum Beispiel sagen, dieser Anschluss vom Lüfter, der soll sich bitte an den Temperatursensor vom Prozessor orientieren. Dann wiederum sollte zum Beispiel hier unten der Lüfteranschluss sich an dem Temperatursensor orientieren, den ich hier angeschlossen habe und der so gesehen die Temperatur des Festplattenkäfigs, sage ich mal, misst und so weiter. Da könnt ihr alles ganz individuell einstellen. Und ganz schön ist auch im Grunde genommen, dieses Mainboard hat sechs Anschlüsse und wenn ich diese Erweiterungskarte hier über diesen Anschluss mit dem Mainboard verbinde, dann ist das für das BIOS und auch für Windows und so weiter und so fort so, als wäre dies ein Mainboard mit neun Anschlüssen. Also es ist nicht so, dass da steht 6 plus 3 oder 6 plus, wenn das zum Beispiel als ein Anschluss dann erkannt werden würde, 6 plus 1. Nein, es sind dann einfach neun Anschlüsse auf dem Mainboard. Also es geht so gesehen nahtlos ineinander über mit diesem Mainboard und das finde ich sehr schön gelöst. Was ich allerdings kritisieren muss und vielleicht habt ihr da auch einen Rat, das könnt ihr dann in die Kommentare schreiben, ist, ja, wo soll man denn diese Karte überhaupt installieren? Das hat, die hat zum Beispiel keine so eine typische Metallblende, dass man die vielleicht im Grunde genommen dort, wo man auch die Grafikkarte reinsteckt, dass man die dort befestigt oder irgendeinen anderen Hinweis habe ich auch nicht gefunden, also weder im Handbuch noch auf der Webseite, wo man diese Karte installiert. Diese Karte hat hier zwei Löcher, das heißt, da kann man Schrauben reindrehen, aber ich habe wirklich im ganzen Gehäuse auch bei mir überlegt, okay, gibt es da irgendeine Norm? Wo hat jetzt Asus sich gedacht, wo man diese befestigen soll? Wenn ich mir das so angeschaut habe, habe ich gedacht, okay, der Abstand könnte ungefähr dem Abstand entsprechen, die auch zum Beispiel Laufwerksschächte haben, zum Beispiel CD-ROMs oder Blu-ray-Brenner. Der Abstand von den Schrauben an der Seite, habe ich gedacht, okay, wenn man da einen freien Slot hat, könnte man die ja im Grunde genommen dann dort dran schrauben. Aber das hat nicht funktioniert. Was vielleicht noch sein könnte, aber das habe ich persönlich noch nicht getestet, ist, dass vielleicht dieser Abstand, dieser Schrauben, denen von dem Abstand bei Festplatten entspricht. Das heißt, man könnte die vielleicht in den Festplattenkäfig reinschrauben oder so, ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich finde ich es schade, dass Asus hier keine Hilfestellung leistet. Es ist weder ein Informationszettel dabei, noch im Handbuch steht irgendwas darüber, noch auf der Webseite. Das heißt, hier ist man natürlich dann als Bastler selbst gefragt. Notfalls sollte man dann einfach die zwei Löcher, wenn man es denn wirklich verwenden will, ins Gehäuse hineinbohren und dann auch direkt dort platzieren, wo man es haben will. Aber wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, Asus hätte hier irgendwie eine Anleitung gegeben, wo das Ding denn überhaupt hin soll. Und ja, so viel zu dem Thema Lüfter. Außerdem bietet natürlich dieses Mainboard auch Anschlüsse für Festplatten. Nämlich ein Rechner ohne Festplatten wäre natürlich nichts. Ob nun magnetische Festplatten oder moderne SSD-Festplatten. Und hier auf dieser Seite bietet das Mainboard so gesehen, jetzt will ich das hier nicht halten. Moment. Kleinen Moment nochmal. So. So, das Mainboard steht wieder und jetzt können wir uns auch immer hier die Anschlüsse kurz anschauen mit den SATA 6 Gigabit Anschlüssen. Davon haben wir hier zwei, vier, sechs, acht Anschlüsse für also gesehen acht Festplatten und außerdem hier unten nochmal zwei SATA Express Anschlüsse. Diese hier bieten allesamt sechs Gigabit Bandbreite und hier unten die SATA Express zehn Gigabit ist natürlich schon sehr schnell. Alternativ kann man natürlich übrigens auch hier diese vier SATA 6, sechs Gigabit Anschlüsse auch als solche verwenden. SATA Express ist im Grunde genommen nichts anderes als das, so gesehen zwei SATA sechs Gigabit Anschlüsse miteinander gekoppelt werden. Aber hier stehen im Grunde genommen dann dem Nutzer wieder viele Möglichkeiten zur Verfügung. Entweder zwei, vier, sechs, acht Anschlüsse über SATA 6 Gigabit oder wenn man die unten noch dazu nimmt, hat man im Grunde zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf Anschlüsse. Also satt und genug für Festplatten. Ich persönlich werde zum Beispiel drei SSD Festplatten verwenden. Die sind halt sehr leise, sind sehr leicht, die werden überhaupt nicht warm und die sind mucksmäuslich still und pfeilschnell. Das heißt, ich werde hier drei SSDs anschließen und zwar im RAID 0 Verbund. Was heißt das? Nun, ich habe zum Beispiel drei SSD Festplatten mit jeweils einem Terabyte Speicherkapazität und wenn man die dann über ein RAID 0 miteinander verbindet, dann erscheinen diese drei Festplatten sozusagen als eine. Das heißt, in diesem Fall eine große 3 Terabyte Festplatte, die entsprechend aber nochmals schneller läuft. Denn wenn zum Beispiel ein Detail gespeichert wird oder auch geladen wird, dann wird dieser Schreib- oder Lesezugriff auf alle drei Festplatten so gesehen verteilt. Das heißt, sie teilen sich im Grunde genommen die Aufgabe und damit sind sie im besten Fall dreimal so schnell. Diese dreifache Geschwindigkeit kommt natürlich in der Praxis meistens nicht zustande, aber auf jeden Fall ist es unglaublich schnell. SSDs, beziehungsweise die, die ich jetzt auch verbaue, die schaffen ungefähr 500 bis 550 MBit pro Sekunde. Nicht theoretisch, sondern wirklich praktisch und wenn ich jetzt so gesehen drei damit verbinde, schätze ich, komme ich auf jeden Fall über einen Gigabyte pro Sekunde, vielleicht sogar 1,1, 1,2 Gigabyte pro Sekunde. Das sorgt nochmal für reichlich Geschwindigkeit. War aber von mir tatsächlich gar nicht die hauptsächliche Intention. Ich wollte nur einfach eine zusammenhängende drei Terabyte Festplatte statt dreimal ein Terabyte Festplatten und deshalb werde ich das jetzt dann auch so natürlich machen. Hier passen natürlich auch entsprechend dann die Anschlüsse für zum Beispiel Blu-ray Brenner oder für ein CD-ROM oder sowas dran. Also hier gibt es wieder viele schöne verschiedene Varianten. Außerdem hat Asus sich auch überlegt, okay, wir verbauen jetzt einfach noch einen neuen Anschluss für weitere Festplatten und zwar für sogenannte M2X4 Festplatten. Das ist dieser kleine Anschluss hier an der Seite. Das ist auch wieder eine neue Technologie von SSDs. Die sind noch relativ teuer und auch nicht so weit verbreitet. Die schaffen ebenfalls 10 Gigabit pro Sekunde im Grunde genommen wie SATA Express auch und die kann man zum Beispiel hier einfach reinstecken. Die sind im Grunde genommen dann so hochkant hier am Mainboard. Dazu gibt es dann zum Beispiel auch diese kleine Halterung, damit die SSD dann entsprechend stabil steht. Die schraubt man hier dran, steckt die rein und hat dort eine pfeilschnelle SSD dann direkt an Bord. Alternativ gibt es von Asus auch ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Diese PC-Express-Karte die hat ebenfalls wieder hier so einen Anschluss. Der ähnelt diesem hier ziemlich und dort wird dann im Grunde genommen auch wieder eine M2X4 SSD reingesteckt. Wird dann einfach hier in so einen PC-E-Slot reingesteckt. Da hat man dann entsprechend schnelle Transferraten auch für diese neue SSD-Technologie. Aber wie gesagt, die sind noch vergleichsweise teuer und mir gefällt tatsächlich die Lösung über SATA 6 Gigabit momentan noch besser, vor allem wenn man hier tatsächlich auch ein RAID 0 verwenden kann. Gut. Gibt es noch was zu sagen zum Layout? Hier unten gibt es natürlich zum Beispiel auch noch weitere übrigens USB 3.0 Anschlüsse für euer Gehäuse. Manche Gehäuse bieten ja vorne nochmal separate Anschlüsse von USB an. Zum Beispiel USB 3.0 oder auch und oder auch USB 2.0 Anschlüsse. Und da bietet Asus hier auf diesem Mainboard so gesehen zwei Anschlüsse nochmal für USB 3.0 an. die jeweils aber dann nochmal zwei Anschlüsse für USB 3.0 vorne anbieten. Das heißt, neben den zehn USB 3.0 Anschlüssen hinten gibt es hier nochmals vier USB 3.0 Anschlüsse. Man kommt also auf 14 USB 3.0 Anschlüsse, wenn man jetzt tatsächlich noch den Anschluss vorne am Gehäuse mit hineinzieht. Allerdings, wenn man zum Beispiel jetzt 14 externe Festplatten anschließt, die allesamt gerade auf voller Volle und voller Leistung laufen und so gesehen diese volle USB 3.0 Bandbreite eigentlich benötigen, wird das nicht funktionieren. Asus hat sich hier entschieden, eher auf viele Anschlüsse zu setzen, also viele USB 3.0 Anschlüsse, anstelle hier tatsächlich für jeden einzelnen Anschluss die volle Leistung zur Verfügung zu stellen, wenn alle auch gleichzeitig benutzt werden. Das heißt, wenn ihr zwei, drei, vier Geräte angeschlossen habt, die gerade auf voller USB 3.0 Geschwindigkeit laufen, das geht ohne Probleme. Allerdings nicht, wenn ihr jetzt alle 14 belegt und dann noch mit der vollen Geschwindigkeit rechnet, das geht in dem Fall nicht. Und mir persönlich gefällt diese Lösung besser, weil ich lieber mehrere Geräte verwende und auch eigentlich nie alle Geräte gleichzeitig mit voller Geschwindigkeit benutze. Also von daher hier auch schön gelöst. Gut, schauen wir jetzt jetzt nochmal an, was noch bei dem Paket dabei liegt. Und zwar haben wir natürlich hier SATA-Kabel, und zwar sind davon acht beigelegt und zwar jeweils vier sind folgendermaßen aufgebaut. Der eine Stecker ist gerade raus und der andere Stecker geht um die Ecke, also um 90 Grad gedreht. Je nachdem, wie ihr euer System aufbaut, kann das sehr hilfreich sein. Das andere Kabel ist an beiden Seiten geradeaus. Wie gesagt, davon gibt es jeweils vier und das dürfte eigentlich ausreichen. Ist ebenfalls in schwarz-weiß gehalten, was mir persönlich sehr gut gefällt. Ist somit auch sehr schön einhaltlich. Und ja, damit sind wir im Grunde genommen dann jetzt schon mal bezüglich der Hardware hier durch. Was mir aber auch besonders gut gefällt, ist auch die Softwarelösung von Asus. Asus bietet zum Beispiel ein Programm an, mit dem man auf ganz einfache Art und Weise seinen Prozessor und auch zum Beispiel den Arbeitsspeicher und so weiter übertakten kann, wenn man den möchte. Nur als Beispiel der i7-5960X-Prozessor. Das heißt, der Achtkerne von Intel läuft grundsätzlich mit einer Geschwindigkeit von 3,0 Gigahertz. Das ist vergleichsweise wenig. Allerdings muss man sich überlegen, 8 mal 3,0 Gigahertz oder wenn man das Hyperthreading noch hinzurechnet, 16 mal 3,0 Gigahertz. Aber mehr dazu dann im jeweiligen CPU-Video zu dem Prozessor halt. Und mit dieser Software kann man diesen Prozessor ganz einfach in 5 bis 12 Minuten, sagen wir mal eine Viertelstunde, gut, übertakten. Und zwar habe ich da sehr viele Beispiele gesehen, wo man diesen Prozessor von 3 Gigahertz auf 4 oder 4,1, 4,2, 4,3 Gigahertz übertakten kann. Manche schaffen sogar 4,4 Gigahertz. Und das total einfach. Bei der Software, die startet man und dann kriegt man einige Fragen. Also man kann einige Dinge einstellen, aber auch alles vollautomatisiert ablaufen lassen. Und zwar überprüft diese Software das individuelle System. Also euer individuelles System wird überprüft. Es gibt also keine festen Profile, wo gesagt wird, ja, der Rechner kommt in etwa diesem Profil nahe oder diesem Profil und deswegen werden wir dieses aktivieren. Nein, es wird wirklich geguckt, wie weit man bei eurem System bei der Übertaktung gehen kann. Fand ich unglaublich klasse. Ich habe mich da wirklich eingehend informiert und da war ich wirklich beeindruckt, weil normalerweise, wenn man einen Prozess übertaktet, das hat früher Tage oder Wochen gedauert und sehr viel Know-how hat das Bedarf. Das heißt, man musste wirklich gucken, welche Spannung muss man einstellen, welchen Multiplikator muss man, man muss dann aufpassen, dass auch der Arbeitsspeicher damit macht und so weiter und das übernimmt jetzt einfach komplett die Software und alle Einstellungen, die die Software dann macht, die sind wirklich Hardware-seitig dann eingestellt. Das heißt, selbst wenn ihr die Software deinstalliert, ist immer noch alles eingestellt und euer System übertaktet. Zum Beispiel, ich starte das Programm und sage beispielsweise, okay, ich möchte, dass der Prozessor nicht heißer wird als 80 Grad. 80 Grad ist noch völlig in Ordnung. Ich würde auch sagen, um 80 Grad bei Last, also wenn er wirklich beansprucht wird, vielleicht 75 Grad, wie auch immer. Bis dahin ist es okay. Dann macht diese Software einige Tests, also setzt diesen Prozessor unter Stress und da kann man auch einstellen, ob das jetzt 15 Minuten gehen soll, 5 Minuten oder eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde, wie ihr halt wollt und dann wird geschaut, wie weit kann man mit der Übertaktung gehen und irgendwann wird dann das System abstürzen. Keine Angst, es gibt dann einen schönen Blue Screen unter Windows, das System startet neu, das System ist somit abgestürzt, aber die Software hat das registriert und geht dann zwei Schritte zurück. Das heißt zum Beispiel seid ihr gerade bei 4,5 Gigahertz, denkt euch, wow, 4,5 Gigahertz, toll, Blue Screen abgestürzt, zack. So, dann geht die Software aber nicht auf 4,4 Gigahertz zurück, sondern sicherheitshalber auf 4,3 Gigahertz. Es liegt euch natürlich frei, dass ihr trotzdem wieder auf 4,4 Gigahertz manuell geht, aber grundsätzlich ist hier dann die Sicherheit im Vordergrund, dann geht es auf 4,3 Gigahertz und dann müsst ihr euch überlegen, ihr seid von 3,0 Gigahertz auf 4,3 Gigahertz hochgestiegen, das sind 1,3 Gigahertz mehr, finde ich phänomenal, also ich finde es genial, dass das jetzt inzwischen so einfach geht und alternativ könnt ihr wie gesagt auch sagen, statt auf die Temperatur zu achten, sagt ihr, okay, ich möchte jetzt tatsächlich die 4,4 Gigahertz schaffen, versuche es und die Software versucht es dann, die nimmt natürlich dann, die berücksichtigt natürlich dann auch eure Belüftung, ob ihr jetzt Luftkühlung macht, Wasserkühlung, stellt alles ein und über diese PWM-Anschlüsse der Lüfter, habe ich ja vorhin erzählt, werden ja die Lüfter kontrolliert und dementsprechend werden auch die Lüfter kalibriert und getestet, wann, wie, wo der beste Airflow erreicht wird und so weiter. Ja und dann wird individuell nach eurem System geguckt, wie kann man dieses System schön übertakten. Das ganze Thema ist noch ein bisschen komplexer, ich möchte euch jetzt nicht die komplette Software im Detail erklären, aber das müsst ihr euch echt mal anschauen. Guckt auch mal bei YouTube zu diesem Thema mal vorbei, das ist wirklich sehr intuitiv gemacht und ich war da wirklich beeindruckt und wahrscheinlich mache ich das bei meinem System auch so, dass ich den nicht bei 3,0 GHz laufen lasse, sondern vielleicht tatsächlich auf 4,1 GHz gehe, denn ich möchte auch noch ein relativ kühles System haben, weil der Rechner leise sein soll. Übrigens, wenn ihr einen Prozessor übertaktet, dann frisst er auch mehr Strom. Das müsst ihr auch immer bedenken, dass der Stromverbrauch geht wirklich in die Höhe und der Prozessor wird entsprechend wärmer. Das heißt, wenn ihr eine Wasserkühlung verwendet und ihr verwendet eine, damit der Rechner leiser ist, dann könnt ihr natürlich den Prozess übertakten, aber ab einer gewissen Höhe der Übertaktung wird das System heißer, die Lüfter drehen schneller und werden dementsprechend lauter. Da müsst ihr für euch dann einfach den Kompromiss finden, mit dem ihr dann leben könnt. Also ich werde da auf jeden Fall schauen, dass das System leise bleibt, so leise wie möglich, aber der Prozessor natürlich so schnell wie möglich ist, denn vor allem bei Videobearbeitung ist jedes, jeder Megahertz oder jedes Gigahertz mehr natürlich pures Gold wert und vor allem auch jeder Prozessorkern. Ja, so viel zu diesem Mainboard, also ich bin sehr gespannt, ich habe wie gesagt noch gar keine Hardware hier zusammengebaut, also ich habe natürlich schon Rechner gebaut, aber die Hardware für diesen MDI-PC 2015 ist hier noch einzeln verpackt. Ich werde jetzt erstmal die ganzen Videos produzieren und natürlich auch die Artikel in meinem Blogmagazin unter www.mehrderideen.de Schaut einfach mal vorbei, der YouTube-Kanal ist grundsätzlich ab jetzt eng mit meinem Blogmagazin gekoppelt und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen, gibt es Reviews, da gibt es News und auch Tutorials etc., schaut einfach mal vorbei. Ja, grundsätzlich war es das zu diesem Mainboard, wie gesagt optisch gefällt es mir, mir gefällt das durchdachte Layout sehr gut, vor allem weil es sehr aufgeräumt ist und optisch auch sehr gut gefällt und ich denke mal, da hat Asus wirklich was Schönes hier auf die Beine gestellt. Ich möchte mich an dieser Stelle auch gerne bei Asus bedanken, ohne die dieses Video natürlich nicht möglich gewesen wäre und die auch einen großen Beitrag dazu geleistet haben, dass dieses Rechnerprojekt auch wahr wird und an dieser Stelle wie gesagt, vielen, vielen Dank für die Bereitstellung dieses Mainboards, ich bin sehr gespannt, wie dieses Mainboard hier in dem Rechner laufen wird und ich bin auch sehr gespannt auf die Software in Bezug auf die Übertaktung. Gut, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, wenn es euch nicht gefallen hat, dann einen Daumen nach unten und wenn euch grundsätzlich meine Videos gefallen, dann abonniert doch meinen Kanal, das gibt mir das Feedback, dass ich auf dem richtigen Weg bin und mehr Videos produzieren soll und das würde mich natürlich sehr freuen. Natürlich dürft ihr mir auch gerne bei Facebook folgen unter www.facebook.com slash mehrderideen oder bei Twitter oder Google Plus oder besucht mich wie gesagt in meinem Blogmagazin unter www.mehrderideen.de Ich freue mich. Gut, soviel zu diesem Thema. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und ich würde sagen, wir hören und lesen uns oder sehen uns im nächsten Video wieder. Also bis dahin, euer Marco. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017